Alter, Langeweile oder was? Wie wollen sie raufhören hier? Guck euch das mal an, vor die Gumpen. Alter, Langeweile oder was? Wie wollen sie raufhören hier? Guck euch das mal an, vor die Gumpen. Langeweile. Hallo? Ey Nila, sag mal was. Ja Nila, sag nur mal was. Alter, was geht denn, ey? Willst du auch was sagen? Juhu, doch mal, doch mal, noch mal, einmal niesen noch, bitte, einmal, bitte, 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 tu mir den Gefallen, bitte, einmal noch. Ja okay, ich geb den Zinzchen dafür. Schade. Ne? Okay. Dummelig, da oben ist so ein scheiß Aquarium. Nila, zwei, drei. Jetzt. Rackor, genau. Ein Kind, da oben ist so Allah und ich.